Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Kalk. Filtern, welche Zellen sichtbar sind. Ein Filter ist eine Liste von Bedingungen, die jeder Eintrag zu erfüllen hat, damit die Zellen angezeigt werden. Sie können drei Arten von Filtern unter dem Menü Daten Filter festlegen, automatische Filter, Zellen markieren und Datei, Filter, Autofilter. Sie fügen ein Kombinationsfeld in der obersten Zelle jeder Spalte ein, die die am häufigsten verwendeten Filter enthält. Automatische Filter lassen sich einfach anlegen und eignen sich sowohl für Text als auch für Zahleneinträge, weil die Liste jeden Eintrag der ausgewählten Zellen berücksichtigt. Automatische Filter haben die Option zur Anzeige aller Einträge, den zehn höchsten Zahlenwerten und alle Zellen, die leer oder nicht leer sind. Die automatischen Filter sind im Funktionsumfang etwas begrenzt, vor allem berücksichtigen sie keine regulären Ausdrücke, sodass nicht nach ähnlichen Inhalten gesucht werden kann. Standardfilter. Zellen markieren, Daten, Filter und Standardfilter. Diese sind komplexer als automatische Filter. Sie können bis zu drei Bedingungen pro Filter vorgeben, die sie mit den Operatoren und oder verbinden können. Standardfilter eignen sich vor allem für Zahleneinträge. Einige der bedingten Operatoren wie zum Beispiel ist gleich größer als kleiner als können auch für Texteinträge genutzt werden. Andere bedingte Operatoren für Standardfilter enthalten Optionen, um den größten oder kleinsten Wert anzuzeigen oder ein Prozentsatz von ihnen. Standardfilter können auch genutzt werden, um automatische Filter zu verfeinern. So zum Beispiel die Bedingung größer als 2 und OK. Alle Zahlen, die größer als 2 sind, werden nun angezeigt. Erweiterte Filter. Daten, Filter, Spezialfilter. Sie sind ähnlich wie Standardfilter strukturiert. Die Unterschiede sind, dass die erweiterten Filter nicht auf drei Bedingungen beschränkt sind und dass ihre Kriterien nicht durch einen Dialog eingetragen werden können. Stattdessen werden erweiterte Filter in einem leeren Bereich eines Blatts eingefügt und dann mit dem erweiterten Filterassistenten mit den entsprechenden Verweisen versehen. Das war UserPowerFundrum Screencast. Ciao und viel Glück! ! ! ! ! ! ! ! !